So, und hier, bitteschön. Was ist das? Die Verhütungspille, die gibt es jetzt auch für Jungs. Warum sollte ich die nehmen? Weil du mir gesagt hattest, du hast keine Lust mehr Kondome zu benutzen. Wir sind jetzt lange genug zusammen, haben uns testen lassen, also... Ja, aber ich meinte damit, dass du dann einfach die Pille nimmst. Ach so, nee, ich musste da früher schon mal durch. Und jetzt gibt es das ja auch für Männer, also... Und was macht die mit mir? Na ja, in erster Linie bist du unfruchtbar. Und hat das irgendwelche Nebenwirkungen? Na ja, klar, dein ganzer Hormonhaushalt wird durcheinander geworfen. Kann sein, dass du einfach einen Pickel kriegst, du kriegst Stimmungsschwankungen, vielleicht ziehst du alles ein bisschen drüber, könnte sein, dass deine Eier größer werden oder kleiner. Was zur Hölle, warum sollte ich das machen? Weil sonst ich da durch müsste. Ja, aber vor den Jungs ist das bestimmt auch mega uncool, ich bin der eine Junge, der dann die Pille nimmt. Ja, ja, aber alternativ müsste ich ja sonst die sein, die die Pille nimmt. Ja, ich denke einfach, dass ab dem Moment dann Verhütung Frauensache ist. Ja, ich denke einfach, dass die Pille ist. Ja, ich denke einfach, dass die Pille ist. Ja, ich denke einfach, dass die Pille ist. Ich denke einfach, dass die Pille ist.